Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich finde es auch voll cool, dass es hier wieder losgeht auf diesem Kanal nach einer zugegebenermaßen etwas längeren Sommerpause. Aber ich kam etwas früher aus der Sommerpause zurück, denn es gibt was aktuelles für euch zu berichten. Abmahnungen sind unterwegs, vor allen Dingen wegen Spiegeln und das Ganze hat so ein Ausmaß angenommen, dass ich gesagt habe, okay, die nächste Woche Sommerpause canceln wir jetzt. Wir gehen bei YouTube-Aufsendung wegen der Dying Light Teil 2 Abmahnungen und der Kingdom Comes Deliverance Abmahnungen. Was da so los ist, wer abmahnt, wie teuer das für euch werden kann und vor allen Dingen, was ihr tun könnt, wenn ihr betroffen seid, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Borger & Solmecke und ich hatte eigentlich gehofft, noch eine Woche ankommen zu können in der Kanzlei nach einer längeren Sommerpause. Wir wollten vier Wochen Sommerpause werden, machen, da sind so rund drei Wochen rausgeworden. Macht aber nichts. Ich wollte zurückkommen, weil ich hier einen Packen Abmahnungen auf dem Tisch habe. Und was das für Abmahnungen sind, die da von der Kanzlei RKA ausgesprochen worden sind, was drinsteht, das will ich euch in dem Video hier etwas näher führen. Was ich euch schon sagen kann, es geht um zwei Spiele und diese Spiele zeige ich euch hier einmal. Also Dying Light 2 ist das eine Spiel, was abgemahnt wird vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt. Ich meine, es ist auch ganz aktuell. Und noch ein Spiel, Kingdom Come Deliverance, auch das wird aktuell abgemahnt. Und da ist vor allem die Kanzlei RKA diejenige, welche hier Abmahnungen verschickt. Hier an eine Mandantin, sehr geehrte Frau so und so. Wir vertreten die Koch Media GmbH aus Höfen Österreich. Und dann wird genau gesagt, was vorgeworfen wird. Ich zeige euch mal hier so eine Abmahnung, die habe ich euch extra rausgepickt. Also hier sieht man Koch Media GmbH, also die RKA Rechtsanwälte handab, vertreten Koch Media. Und hier steht schon das von Ihnen herausgeweihte Computerspiel, Kingdom Come Deliverance, 13. Februar auf den deutschen Markt erschienen. Unsere Mandantin hat ausschließlich Nutzungsvertriebsrechte am Computerspiel von den Entwicklern der tschechischen Republik Sons so erworben. Und jetzt geht es darum, dass unsere Mandantin dieses Spiel getauscht haben soll. Interessanterweise, ich habe das hier geschwärzt, aber es sind beides Vorfälle aus September 2018. Also hier ist zweimal gemessen worden in der Tauschbörse. Und man hat dann an zwei Punkten gesagt, ja, hier hat jemand genau dieses Spiel angeboten. Und ja, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht also jetzt viel, viel drin in so einer Abmahnung. Und bis zum 2. September 2019 soll unsere Mandantschaft jetzt hier eine entsprechende Unterlassungserklärung abgeben. Die ist auch beigefügt, zeige ich euch gleich auch noch. Und hier seht ihr das, was viele Leute insbesondere schockt. Hier steht was drin von Gegenstandswert, 20.000 Euro. Dann noch was von Schadenersatz, Auskunft und so weiter. Also der gesamte Wert, der ist also hier riesig hoch gepusht worden. Und man sieht, dass jetzt hier eine Geschäftsgebühr errechnet wird von 984,60 Euro. Aber man sind nicht nur diese 984,60 Euro. Ihr seht also jetzt hier ein Schadenersatz von 4.000 Euro wird ja in irgendeiner Weise hier angegangen. Also insofern haben die Leute Angst. Das kann ich schon nachvollziehen. 20.000 Euro sind übrigens nur der Gegenstand wert. Das ist nicht das, was ihr zahlen müsstet, aber das weiß ja keiner so genau. Also wird dann hier angeboten 1.500 Euro, falls man sich denn einigt in dieser Sache. Die sollten dann eben entsprechend auch überwiesen werden. Plus eine Unterlassungserklärung. Da wird eben versprochen, dass man künftig dieses Computerspiel Kingdoms Comes Deliverance nicht mehr tauscht. Und unten eben, dass man die Anwaltskosten von 980 Euro zahlt. Ja, stellt sich natürlich die Frage, was ist zu halten von diesen Abmahnungen? Nun, zunächst einmal ist RKA eine Kanzlei, die schon sehr, sehr lange abmahnt. Da haben wir seit Jahren mit zu tun. Das Einzige, was ich jetzt schon etwas strange oder neu finde, ist die Massivität, mit der gerade diese beiden Spiele abgemahnt werden. Kann ich was zu sagen? Alleine am Sonntag wohlgemerkt haben wir in der Kanzlei 40 Abgemahnte angerufen und dann nochmal am Montag 80. Heute werden es auch nochmal 80 sein. Also das ist eine ganze Menge an Menschen, die davon betroffen sind. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, wir gucken das hier im Detail an. Ist da alles richtig gelaufen bei diesen Abmahnungen? Und dazu kann ich sagen, naja, zunächst einmal finde ich die Berechnung des Gegenstandswerts und der Anwaltskosten, die hier zugrunde gelegt werden, zu hoch. Meines Erachtens gilt hier eine Deckelung des Streitwerts auf 1000 Euro. Und da sagt natürlich diese Kanzlei, ja, 1000 Euro Deckelung ist natürlich viel zu wenig. Es ist unbillig. Hier müssen wir den vollen Streitwert ansetzen, aber da weiß ich gar nicht, warum sollte das unbillig sein. Das Gesetz ist genau für solche Sachen gemacht worden. Jemand hat ein Computerspiel, getauscht, runtergeladen und damit wieder angeboten. Also insofern hier die 1000 Euro Anwaltsgebilden finde ich schon mal völlig überzogen. Meines Erachtens sind die 155 Euro korrekt, die man hier maximal ansetzen darf bei diesen kleinen Urheberrechtsstreitigkeiten. Das wäre das Erste, was ich jetzt übermängeln hätte. Und das Nächste, was ich jetzt viele fragen, die abgemahnt werden, wo der Tatzeitpunkt zum Beispiel im März 2018 lag. Also waren auch einige, die so lange dann noch zurückverfolgt werden. Anderhalb Jahre später kommen die jetzt erst damit an und wollen diesen hohen Schadenersatz- und Abmahngebühren haben. Da ist die Frage, was kann man denn so spät noch machen? Kann man überhaupt so lange abmahnen? Naja, das habe ich für euch mal recherchiert. Streng genommen sind die Ansprüche noch nicht verjährt. Man kann also drei Jahre lang diese Abmahnansprüche geltend machen und auch die Rechtsanwaltskosten entsprechend Geld machen, beziehungsweise die entstehen auch erst mit der Abmahnung. Also das passt. Generell auch die Unterlassungsansprüche verjähren erst nach drei Jahren. Der Schadenersatz, der hier geltend gemacht wird, würde sogar erst nach zehn Jahren verlangen. Also da kann man sagen, okay, dann können die auch noch anderthalb Jahren kommen. Aber ich habe euch Urteile rausgesucht aus dem Wettbewerbsrecht für sogenannte rechtsmissbräuchliche Abmahnungen. Da hat unter anderem der Bundesgerichtshof schon 2016 gesagt, dass wenn man eine hohe, umfangreiche Abmahntätigkeit hat oder erst sehr spät Sachen abmahnt, dass man dann eventuell keine Abmahngebühren mehr verlangen kann. Ob das jetzt im konkreten Fall bei euch auch zutrifft, das muss man mal schauen. Was man auf alle Fälle sagen kann, normalerweise droht ja auch immer noch eine einstweilige Verfügung in diesen Sachen. Also super teures Eilverfahren. Das kann man hier nicht mehr sagen, denn wer anderthalb Jahre Kenntnis von einem Sachverhalt hat, der kann jetzt hier keine einstweilige Verfügung mehr geltend machen. Insofern, was gilt es hier für euch konkret zu tun? Nun, zunächst mal Ruhe bewahren. Wir empfehlen die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung. Wie das funktioniert, können wir euch gerne am Telefon erklären. Am Ende des Videos wird nochmal eine Telefonnummer eingeblendet und dann sagen wir in dem nächsten Schritt, dass man aber keinerlei Abmahnkosten hier zahlen muss. Warum keinerlei Abmahnkosten? Nun ja, wir sind der festen Überzeugung, dass zunächst mal der wahre Täter benannt werden muss und wenn ihr es nicht wahrt, dann ist die Gegenseite dran, den Täter zu benennen. Wir haben eine Reihe an Filesharing-Videos, die sind immer noch gültig. Wir haben auch Urteile beim Bundesgerichtshof erstritten. Von dieser Kanzlei haben also eine hohe Expertise. Daher schon mal diese ersten Tipps. Und ich will euch noch was zeigen, um zu verstehen, warum wir dieses Video machen, wieso das Ganze jetzt erst brisant ist. Also hier seht ihr das Abmahnvolumen der letzten Monate. Es waren so 150 Abmahnungen im Mai 2019, die ich registriert habe. Da waren 5 Prozent der Kanzlei Daniel Sebastian, 92 Prozent der Kanzlei Waldorf-Rommer. Das ging so munter weiter. Im Juni 92 Prozent Waldorf-Rommer, 5 Prozent Daniel Sebastian, 3 Prozent Kanzlei Nimrod. Dann Juli ganz genauso Spitzenreiter, 93 Prozent der Abmahnungen. Waldorf-Rommer, 5 Prozent Daniel Sebastian, 2 Prozent Nimrod. Und jetzt kommen wir in den aktuellen August und man sieht hier eine neue Farbe ist hinzugekommen. 29 Prozent aller Abmahnungen kommen von RKA, nur noch 66 Prozent von Waldorf-Rommer. 318 Abmahnungen sind hier schon alleine in den letzten Tagen eingegangen. Also eine ganze Menge, was da los ist. Nimrod ist da geradezu verschwindend gering. Und was ich so interessant finde, dass diese Abmahnungen unwahrscheinlich geballt kommen und jetzt alle auf einen Schlag. Insofern glaube ich, dass wir es wirklich hier mit einer gebündelten Abmahnwelle zu tun haben. Aber bitte keine Angst haben. Man kann da was tun. Keine Angst vor diesen 20.000 Euro, die da drin stehen. Sei es, dass ihr diese Abmahnung von RKA bekommen habt oder von Waldorf-Rommer. Waldorf-Rommer verlangt nicht ganz so viel wie RKA. Waldorf-Rommer will immer rund um die 900 Euro haben. RKA 1.500 Euro. Aber gedroht wird immer mit einem viel größeren Schreckensszenario, also auch aktuell. Waldorf-Rommer, das möchte ich noch nachschieben, mahnt aktuelle Abwägen des Films Pikachu. Ich meine, der war noch gar nicht so lange her im Fernsehen. Also auch da, ja, droht euch ein bisschen etwas. Wer da ein bisschen Angst hat, der abgemahnt worden ist, von der aktuellen Abmahnwelle betroffen ist, der kann sich kostenfrei an uns wenden. Ich habe euch hier mal die Telefonnummer eingeblendet und wer sich da weiter informieren will, kann das auch tun. Wir haben noch eine Menge Informationslinks hier unter das Video gepackt. Ich hoffe, ihr seid nicht betroffen. Lasst die Finger vom Download über die Tauschbörsen. Das führt zu Abmahnungen. Das Abo hier führt dazu, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Würde mich freuen, wenn wir hier noch ein paar Abonnenten gewinnen können. Wir sind auf dem Weg zu 500.000. Also, ich hoffe, ihr seid nicht von der Abmahnung getroffen. Wünsche euch noch einen tollen Tag und ich hoffe, ihr seid auch in den nächsten Tagen wieder auf dem Kanal dabei. Morgen geht es noch nicht ganz weiter, aber in den nächsten Tagen kommen hier auch wieder die nächsten Videos. Wenn die Abmahnwelle weitergeht, halten wir euch darüber natürlich auch auf dem Laufenden. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.